Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie wäre es, wenn du bei mir im Resort arbeitest? Das passiert dir manchmal. Du siehst nicht aus, als würdest du hierher gehören. Wieso ist nach zehn eigentlich niemand mehr an der Rezeption? Ich will, dass du alles abschließt und auf mich wartest. Ich komme dich jetzt abholen. Wenn ich du wäre, ich würde mich nicht noch weiter verletzen wollen. Wieso haben sie uns hergeholt? Weil deine Familie hierher gehört. Hey, wie komisch kann man denn bitte sein? Wacken, das reicht jetzt! Du hast ausgesagt, dass du von einer Frau verfolgt wurdest. Die denken, ich bin am Durchdrehen. Die Natur ist ziemlich bemerkenswert. Mir geht's nicht gut. Wir müssen hier weg. Manche Arten brauchen unsere Hilfe. Ich gebe dir die Chance, uns bei unserem Streben nach Artenschutz von großem Nutzen zu sein. Du kannst dich glücklich schätzen. Du kannst dich glücklich schätzen.